ja hallo YouTube hier ist wieder euer der Triplausen mit einem neuen Video auf meinem Kanal wieder unten Minecraft die Hunger Games und ich befinde mich gerade noch im Spawn oder in der Lobby wie es auch immer wie auch immer man es nennen will und es geht jetzt eh gleich los ich glaube 10 Sekunden oder so noch ich glaube es ist die Map 1 ja es wird mit 1 gespielt also trotzdem dass die Map 3 erst so kurz rauskommen ist spielen die anderen Maps immer noch ziemlich gerne und mal also auf den großen Servern wird nur die 3 gespielt auf den kleinen Servern werden meistens 1 und 2 gespielt also zum Großteil wir stehen da ziemlich drauf ich weiß auch nicht wieder um warum auf jeden Fall ich verpisse mich gleich wieder im Wald wie immer weil ich halt eine Pussy bin na und ich gebe es zu und es hat sich jetzt einiges geändert ich hoffe dass ich soweit komme dass ihr das sehen werde nämlich dass das Match also wenn ich nicht so weit kommen dann erzähl ich euch nicht aber wenn schon dann werdet ihr es erfahren oder ich kann euch dann nachher gleich erzählen aber jetzt geht's gleich los und jetzt gibt's gleich wieder action 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 und 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 jetzt geht's los ah fork hier ist gleich ein Mordloch da hier voll gemeint mit dem ich hab schon länger nicht mehr die Map gespielt schauen mal auskennen aber sollte schon gehen da wird zwar keinen Plan wie ich bin gerade aber einfach mal laufen 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 und schauen dass kein folge für hinten kommt und denkt da muss man sein nach Faust auch nicht einschlagen übel sind achstlichste überhaupt die blöden Fäuste seine Kiste ne ein Eisenerze was ist ja ich habe irgendein neues Texture Pack hier und da kenne ich mich noch nicht so ganz aus was was ist genau wow jetzt hab ich bei einer untergefallen ich glaube hier war ich fast noch gar nie also ich kenne würde jetzt zumindest nicht den Wurst zu müssen was das hier ist ich glaube ich es nicht also ich kenne mich jetzt gar nicht möglich aus muss ich zu gehen nur das ist ein wasser Quelle ich glaube es einfach mal ins Meer war voll die Labe wo ist dann Hühle oder was wollen die dass man da rein springt in diese Blüte krass möchtet sich bauen das ist nicht wenn ihr dabei seid also in der Kreisert ich will das Schmacht glaube ich sind keine Kisten die oder doch nicht das klar war am Strand und dann ist es die beste Taktik meistens na zeichnet noch keine Kisten kommt ne das ist scheiße irgendwie hat auch keine Kiste ich müsste echt mal schauen dass ich irgendwie am Anfang doch in der Mitte irgendwie gleich mir was hole aber irgendwie bin ich da zu feige weil ich immer glaub glaub dass ich nix kriege erst weil ich zu langsam bin und ähm dass ähm mich dann irgendwer mit so einem scheiß schwer tötet aber wahrscheinlich kann man so anders gar nicht also man kann gar nicht gewinnen wenn man es nicht macht glaube ich das ist eher das Problem was ist das naja ich glaube da war ich tatsächlich noch nie oder das ist eine Klippe ich glaube das ist nur eine Klippe naja ist echt gar nix ne aber ich kenne mich jetzt auch nicht aus übrigens ähm was soll ich denn eigentlich demnächst mal irgendwie machen weil ich hätte mal Lust irgendwas Neues zu machen was auch immer ist ich machen soll ich machen soll und ich weiß dann nicht genau was sie machen soll ich habe schon eine idee was ich mache aber können dann kann er auch gern mehr machen als nur eine sache seine kiste ich erkenne das ist das schlechte entweder habe ich schlechte augen oder ich da ist echt nix was ist das denn was ist da denn los habe ich eine kiste gefunden oh gleich mal ein steinschwert das ist immer nicht schlecht und ein bogen fall also mal die frische mal weiße sind ja hier meistens so druckplatten oder so weil die wollen dass mir irgendwas auslöst gemeinen hunde hier gleichmals abschreckend steinschwert in die hand genommen wo runtergefallen müssen was zu essen wird sich schlecht also im spiel ja ich denke ich bin verpressener hund und ne 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 was auch cool wäre selber so eine map zu erstellen aber ich glaube das ist extremst aufwendig und da braucht man bestimmt mehrere leute also fünf leute mindestens dass das gescheites bei rauskommt ansonsten ich glaube das ist ja auch ziemlich geil muss dann muss er nicht so groß sein kann ja auch kleiner sein aber vielleicht ziemlich lustig könnte man auch so zu 10 oder sowas machen mit meinen abonnenten was ich mir auch gedacht hat was ganz cool wäre wenn irgendjemand von euch ein server hätte den er bereitstellen könnte und man dann das spiel hier spielen könnte wir müssen höhle weil dann würde ich mit mir ein paar abonnenten raussuchen dann könnten wir das zusammenspielen ich dachte da wären hülle nicht jetzt dumm da war doch eine hülle irgendwo bin ich jetzt zu dumm wenn es sicher ist irgendwo eine hülle naja anscheinend nicht das ist ja auf jeden Fall ziemlich cool aber ich hier mal nicht davon aus dass jemand leuchtend server hat oder in mir bereitstellen würde für sowas also kann schon sein dass doch so ist aber nun kann ich mir jetzt schlecht vorstellen und dann ist einer wenn er nicht gesehen hat und ich glaube der hat eine Rüstung an und von dem er wird sie nicht vorher hier nicht tötet also hier war ich noch nie glaube ich also könnte natürlich ab widerlegen aber ich glaube fast dass ich hier noch nie war dann natürlich scheiße genau die falsche seite willst du was von mir willst du was von mir ja viel spaß habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen ich habe immer umgebracht ich habe nur umgebracht jetzt ja das hat er ja alles dann hat er es nicht geschafft mich zu töten so schlecht ich muss mal schauen wer hat er den lehle heim aber nicht auf oder vielleicht wollte er sterben es ist ein lever ich hatte dem kommt er hat das noch nie doch nicht an oder das zeug wahrscheinlich sind ich irgendjemanden anderer anderer der herrsch greift jetzt hole ich mir schnell pülse jetzt muss ich aufpassen dass keiner kommt weil sonst bin ich am arsch ich brauche ich noch die anderen pülse ich bin mal ein paar hier holen wenn ihr pülse seht schreibt hat er noch etwas zu essen ich hoffe ich übersehe das jetzt nicht dass er meine pülse hat er selber noch pülse das ist gut für die statistik er nämlich auf der seite wo die server aufgelistet sind gibt es auch eine liste Prozent wo man dann ist dass sie wie viele du külse hast wie viele und die Bonnast wenn ich ziemlich gut Prozent nicht zwei ich glaube ich werde ich auch mal die es werde die Liste vorstelle die Sören Internetseite vorstellen vielleicht auch interessant ist damit ihr euch da müssen ausgehend abpackt was möchten alles wie viel lebens bringt euch gar nicht gewusst perfekt bisschen bischen bier trinken hier schaut aus wie bier oder ich bin da so dumm ist dafür wenn ich über meine pälte zurück es war noch vorne waren sieben echt ich dachte es werden mehr und das eine höhle ich da rein wieder raus ich glaube das ist nicht zu meines schwert hier weg sie irgendwas aus dem druckblatt nämlich umbringt oder so ja weder war schon immer nein niederkappen noch ein stück niederkappen habe ich schon schnitt wenn ich gar nichts und von euch kann man nicht niemand sagen was die axt ist ich glaube wenn ich mich ihre zieht die mehr leben ab also als die faust oder so irgendwie sowas glaube ich ist es kann ich sogar mir erlauben zu rennen genau jetzt kann ich auch mal anfangen euch das zu erzählen es gibt nämlich am schluss also es ist nicht mehr so dass die warte wird bis alle nur noch zwei übrig sind und dann kommt das das match sondern es ist so dass entweder nach einer bestimmten zeit erlaubt man bestimmt auch zu spielen das weiß ich nicht so genau wird kommt das match und man wird dann auch eine andere map verlegt das ist es nicht mehr aus von früher sondern direkt auf einer anderen map nämlich auch so in so einer arena so eine spiel arena oder so und als ich das letzte mal gespielt habe ist der sand von der seite weggegangen ich weiß nicht ob es immer so ist weil dann wird das fällt hat immer kleiner bis zu klein ist dass sie gegeneinander sich die kämpft muss oder sie wollen unter beide und dann ist es haben beide verloren schätze ich mal stark das ist eine höhere wieder aber nix oder irgendwas leere hühle man als wird es nacht und dann ist halt genau das gleiche wer es jetzt übrig bin bleibt gewinnt aber wenn ihr glück habt sieht ihr es heute sogar zehn minuten an bis zum letzten deathmatch steht auch gerade hier vielleicht schwimmt das mal rüber ja hier ist glaube ich auch nicht so viel gehabt das ist sogar das erste mal dass sie live dabei seid während ich entfügt kann es sein wenn ich mich nicht irre ist es so sponsor aus der fliefe dort ist scheiße ich werde jetzt auch noch alles zurückgehen aber keine ahnung ich habe jetzt kann das noch mal alles zurück zu gehen also alle kisten sind jetzt wieder neu aufgefüllt das ist ziemlich praktisch wenn man weiß wo kisten sind weil dann am besten behält man sich da an ort auf wo viele kisten sind und dann klappern gleich so drei vier kisten ab sobald es erscheint es hilft einem ungemein dann hat man gleich wieder doppelt so viele sachen und meistens auch gar nicht so schlechte ist eine ganz gute taktik wenn man mal so weit kommt also ich habe jetzt ein bisschen versagt welche zeit hier an einem ort wo gar keine kisten sind